oder du wahl oder du wahl oder du wahl es kann einst du wahl ich habe so viel helft gespielt dass sie ihn vielleicht als pure sharp bringt aber wir lassen erst mal ich packe rein erstmal und da wieder auf immanuel und gleich wir können dann immer noch jetzt okay so bleibe ich erst mal gucken wir uns erst mal die line-up an oder das ist planning shot ich glaube dass gleich den selben so aus ich glaube es gleich geblieben ja alles gleich okay wieder beim tipp bringen ich faule direkt und switch direkt auch wenn es noch nicht der fall noch nicht zeigt da wieder auf immanuel ich auf ich nehme gar nicht im ersten schützucker das kann ich und der wird nicht springen jetzt im bilder oder david immer ich nehme immanuel direkt ich hab schon ich muss gar nicht bleiben kann das jetzt nicht wünschen okay aber wartet man bis sich auf position war es jetzt wunderbar sehr schön okay play auf ich war so überrascht nehmen crime so gerade die fans einstellen ja ich habe ich gebe daraus ich gebe daraus die stretchen jetzt mehr die wohl sagt hier ein bisschen über die wahl wenn er nicht mehr nicht mehr ich habe auch noch nicht schön aber immerhin meine meine ich habe immer noch jetzt können wir switch immer erst übernehmen darf ich damit die nach dem score nicht okay play milk hat immer auf die seite gehen auch auf die seite auf die kommen bei 5 wegen ich hatte schön ja irgendwas an der defense geswitcht bei mir steht sich oder das gute ist gut pick and roll crime 5 rechts links überladen ich weiß es schwer aber dann müssen wir weil wenn zwei karten den feiern kriegen nur solche animationen ja durch ich bin auf die plus muss aufpassen beide stark let's go aber nicht übertreiben das dann traurig noch nicht auf der wahl ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß du hast die scrimes schaden schaden alles gut ich habe ihn mal mein fehler darf ich nicht den drei abgeben im fastbring wir resetten keine turnover mehr von mir bleibt da raffi bleibt da ab wie kommen kommt switch er spätet er zu viel und bestraft das ist ein wichtiger drei das ist ein bisschen eingeschüchtert trotzdem ja genau hat sich da wenn er da steht david hat die man oder ich bekomme kaum zum lay-up weg wenn du schnelles langes langes ich bin das ist ein fehler gut geht schau david raffi 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 alles gut Unlucky, unlucky, alles gut. Ich hätte doch einfach die Kopfjäger nehmen können. Ja, nimm ruhig die zwei mit, wenn wir sie haben. Ist okay. Ja, klar. Ich hole uns die Boots, come on. Ah, da geht's, David. N-N-D, pass auf. Ja, okay. Oh, pass auf, Charge. Mach ruhig. Wenn du da reinpasst, lässt du mich frei an der Korne. Passt dann weiter. Aber er kann nicht auspassen, er kriegt einen Turnover. Ja gut. Ich fände nicht, ich fände nicht, ich fände nicht. Ich fände nicht fest. Charge die! Die, 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 die hat Zeit. Benet, äh, stellt mal alle auf, stellt mal alle auf, ich will was testen. Guck mal, ob ich die baseline kriege. Ja. Kaff da. Das ist gut. Guter Call, da. Guter Call, das finde ich, ja. Aber wenn ich, wenn ich, David, wenn ich den rauskicke, musst du sofort pullen. Nicht warten, bis der kommt. Jo, ja, ja, mach ich dann auch. Fort pullen, leichter Konferenz. Ist ja klar, ja, ja. Ja. Ich springe. Ja, okay. Alles gut. Alles gut. Warte. Ich warte, bis du in der Karte bist. Jetzt lässt er wieder mehr Platz in der Korne. Ich renne. Okay, mach, mach, mach. Alles gut. Alles gut. Das ist tough, echt. Das ist gut. Aber besser als Fiddle als gerade eben. Da waren wir, glaube ich, weiter. Ja, auf jeden. Nur ein, zwei Tore noch diesmal. Das tut, komm mal. Aber ich muss da kurz gucken. Ja. Nein, nein, nein. Es ist auf, es ist auf. Es ist auf, es ist auf. Es ist auf, es ist auf. Hat er nicht. Hat er nicht. Jawohl. Ja, Jungs. Komm, bitte. Konzentriere dich. Korne, es kommt noch mal ping und roll in der Mitte. Schön. Schön. Hab ich, hab ich, hab ich. Korne. Ja, ich bin, ich bin wahr verwirrt. Scheiße. Sorry. Alles gut. Mein Fehler. Play, middle cut. Ich geh durch. Trafi kommen bei 15 kreuzen. Nein, nein, nein. Alles gut. Ich hab mismatch. Ich hab mir das. Aus. Schön. Der ist immer sofort hin. Ja, das macht der mit Absicht. Du lebst der mit Absicht. Ja, klar. Zack, der geht nicht. Alles gut. Rimes, geh rechte Corner. Jo. dass mich nur 1 2 1 2 spiel aus dem gedacht dass du auf den spielst noch mal noch mal nächste station spielst du rechte kommt ja das wünschen kurz obwohl er seine lex will er seine lex aber das war's mit diesem spiel hat kathat 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 ist gut ganz richtig gut da nicht nur bennett wegen ganz stark kathat und raus aus ist der klingel kroll mit dem ball so schnell bewegen haben wir noch auf den look eigentlich das ding schnell bewegen aber nicht dass sie wenn sie da gehen auf dem turn auf der wird ja ja klar und wieder ein bisschen nicht daran da ja der macht immer das gleiche eigentlich immer dieses netz back und dann steckt sich halt ab und zu gut nein weiter hat auswählen es kommt mal macht denn jetzt einen platz ich muss nicht wollen alles gut ich darf noch nicht rein wegen bewegen jetzt mit muss er weg blocken mittelkopf effektiv gerade 16 raffi offen das ist wichtig dass es so wichtig dass man direkt auf der wahl gehen weil die langen der ist nicht gut aus dem passen kann ich passen ich bin da kreis ich gebe den ab ich gebe den ab ja ja eigentlich so schön bei uns gehen mal recht wenn man diesen cut macht ich bin oben in der corner weil die alle nach innen hat weil das auf mir bin ich guck mal was passiert okay ja die rotieren er ist nicht schnell genug dafür contest der kann gut bilden ich helfe euch sehr schön sehr schön aus 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 gut 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 stark stark das war jetzt zu feier und zu tun gleich wie du schnelles durch und zwar zu verworren und mir ein foule zu geben ich hab gedacht wo wusste gar nicht dass noch ich dachte was kommt ein 3er und david du schießt du machst es gut ich hab doch mal wenn die oben hoch gehen und fall wird es gut und wir haben die letzte wir haben zwei possessionen in folge jungs lage ist gut lage ist gut das war ja für kreis gleich ich hätte auch in der midrange stehen bleiben können egal ich glaube wir müssen komplett alle switchen weil der mittlerweile weiß ja was ich mache mit dem cut recht okay dass man die menschen hat die anderen vier sekunden lauf die los und wird hat sich nichts ergeben aber jetzt wäre auch frei gewesen beim nächsten kann das machen wir gleich noch mal komm 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 baby gut das sind keine noren ja ja gut da war der wichtig ist ob wir jetzt einen kleinen auflegen können so jetzt noch mal noch mal kein reaktion mal gleich gleich gleicher spielzug gleicher spielzug raffi ich lauf ich lauf den größeren bogen und los ich hänge an ihm weiter 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 die wussten das kommt werden einfach kleine leute welchen kann nichts das spielzeug ich hab gedacht ich bin die zwei er will bewegen 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 ich will ruhig jetzt ich will ruhig ich will jetzt den spielzug haben werp für raffi play corner raffi bei zehn sekunden ich fähig kurz ach falscher pass oder was ich habe es jetzt riskiert ist können ja ist okay du kannst probieren ein zweimal standard fall wir müssen gucken die haben gerade gute defense vielleicht kann ich immer nur eins gegen eins das problem ich sage euch was das problem ist wir spielen play dann an wenn es zu spät ist gleich muss immer früher angespielt werden gerade im moment play hat immer karts und die sind alle offen alle alle blank bloß dann machen wir einmal weiter passt dann prima play an und dann ist zu spät dann steht der bilder da nur so als option schön ich stehe meistens schon in der zone wenn dann ja 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 ich anfangen immer jetzt weiter geht es kommen aber nicht mehr zu offen kommen nächstes play defense stop ich will die turnover lieber minimieren ja ich gehe durch ruhig 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 normal drei sind nicht dran und die werd lang so nervös aufgaben katzen auf der kart wird nicht das ding Gutes Verteidigung, Gute Verteidigung! Guter Contest! Schaut! Haben wir! Ruhig! Zeit, wir haben Zeit! 5 out, bleib erst noch ein, 5 out! Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, Ramps! Ja! Für den direkt zu mal! Haben wir ihn gut aufgelöst! Komm, fuck Ramps! Hey, der war noch, ne? Den kann er haben! Den kann er haben! Den kann er haben! Den kannst du haben! Crimes rechte Corner! Ich geh nur noch mal zum Cut-O-Rafi, geh noch mal auf deine Position! Und MIDI! Schade! Boah! Schade! So, jetzt bin ich nett! Kann ich schauen, kann ich schauen! Ja gut, da waren zu viele jetzt, das war nicht möglich! Hätte ich ihm auch noch abpinken müssen und die zwei abgeben! Crimes Ping'n'Roll! Schade! Darf ich es noch mal Corner? Boah, schön! Das ging zu schnell jetzt! Sehr gutes Movement Crimes! Einfach schneller, besser! Ja genau! Ja genau! Ja gut! Schade! Haben wir noch ein Foul zu geben? Krimes! Ja gut, dann bin ich dran! Ja ist! Ok, wir haben ja auch nichts weiter! Pass auf links! Pass auf links! Pass auf links! Pass auf links! Ich komm nicht! Das war mein Fehler! Das ist nur mein Fehler! Das ist nur mein Fehler! Das ist nur mein Fehler, Jungs! Ich weiß das. Two for one. Ah, fuck. Ich komme die ganze Zeit frei, wenn ich da hinten kacke. Meine Position. Ich habe gepasst, Play. Die machen mich jetzt komplett zu. Ben, jetzt schnauf noch mal durch. Schnauf noch mal durch. Force nicht zu viel. Gebt auch den Ball ab. Wir haben auch einen Ball. Ja, hab ich probiert. Ach, das ist komplett voll. Ja, genau. Endone, schade. Endone, schade. Endone, ich habe gar nicht mehr von hinten. Sto war. So. Come on. Ich bin suchfrei, Jungs. Das müssen wir ausnutzen. Okay, okay, okay. Raffi, Raffi. Haben wir im Kopf. Gucken wir. Eins, zwei Stops, Jungs. Du hast ihn da. Stress off. Primes on board. Nicht schwingen. Alles gut, Primes. Komm, Raffi, komm. Ach, sorry. Jetzt nochmal. Warte, warte, warte. Starke Spiel. Win, 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 win. Komm, 1, stopp jetzt, Jungs. Wir schnuppern dran. Wir werden das spüren, wenn es ein Thai-Ball-Game ist. Die werden es mehr spüren. Komm, ich zum Stress. Ja, ja, das war jetzt von Anfang an ist Raffi hängen geblieben. Da muss das sofort der Call kommen. Ich gebe dann meinen Abruf. Raffi, das musst du sofort sagen. Wenn du, wenn du nicht mehr zu deinem kommst, so früh wie möglich. Das war ein Fake. Ja. Ah, Full Yellow. Eat. War overforced jetzt. Eat. Nee, mir geht es nicht. Der war overforced. Ja, ja, ja. Der Fake waren offen. Easy. Aber wir haben drei offen bestimmt. Ja, das könnte sein. Aber jetzt... Okay, weiter. Rennst ruhig, Jungs. Alles gut. Hier einfach ein Score mit mir. Warte, David. Ich gehe nochmal an die Route. Heit gereached. Und raus, raus, raus. Nichts mehr. Alles gut. Come on. Alles klar, weiter geht's. Weiter geht's. Starcrime. 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 Come on, Jungs. Gleiches Leben. Gleiches Leben. 1-Stopp jetzt noch. Alles gut. Nur sechs Punkte kommen. Wir haben noch drei Minuten 24. Das reicht. Alles gut. Wir haben noch ein paar drei auf den Kaminen. Okay. Okay. Er hat arrived. Yo. Ja, boah. Das erste Stop. Come on. Nice. Come on. Come on. was weiß ich schon auf eine luxus jetzt mitnehmen ja ja stellt man noch mal in oft den aufbohr für raffi macht man noch mal die gleiche ausstellung crimes crimes rechte corner nächstes mal beim set play wieder ja ja das letzte aussehen können wir mal versuchen das gleiche wie die ganze zeit ich hatte raffi geht auf meine position aber gespiegelt die kommt von rechts jetzt sind fast gespiegelt jetzt mal die fans und dann ein fehlern schlechte die fans ok das gleiche spiel verkehrt raffi gerecht raffi muss früher kommen die ahnen das ist ja das haben wir an mittel cut mittel cut schnell mittel cut stand aufstellung komplett ich denke auf die läuft auf direkt bei 8 sekunden los meine seite ja bei dir als ist offen auch sorry werfen kommen jawohl er war so weit oben gerade aber keine ja wohl die schützt mehr als wir wieder bei dem druck ist wieder bei denen ich habe den 3 ich kann nicht mehr bei den jungs ok wir kommen bei 14 morgen jungs reden auf geht's stopp jetzt und wir sind drin aber nur noch eine auszeit passiert den dreiern wenn er auch natürlich macht ihn aber forciert ihn nicht beim zweiten war schlecht jetzt go jungs und stopp nochmal ich hab bei uns mit zurück hat auch keine aus gut halbricht 3,8 3,8 im kämpfe mehr easy cuts weg gut oh mein scheiße schnell 3,5 brauchen wir ah ist auch mich kann ich nichts machen ah fuck Reach einfach, hm. Versuch zu steelen. Unlucky. Müssen wir in das Spiel 3 kommen, Jungs. Jo, war einfach nicht gut. Kopf hoch. Hinten raus war die Execution nicht ganz optimal, aber mein Gott. Machen wir halt wieder besser. Das Problem war, wir haben mit dem 40, das ist 34, können wir nicht davon ziehen. Ja. Darf ich was vorschlagen? Ja, Cure Sharp. Cure Sharp und Raffi und ich stellen uns in die Corner. Dann können die Center überhaupt nicht mehr helfen, du kannst worken. Und dann sollen die Eimer helfen. Dann Raffi nicht in der Corner stehen. Cure Sharp und Cure Stretch. Ein Millimeter Platz. Und wieder blocken die mich oder der Screen. Ja, lass es probieren, lass es probieren. Ist nur ein Vorschlag, das ist jetzt nichts anderes. Ich weiß nicht, dass es funktioniert, ich sag nur, es ist nur ein Vorschlag. Wollen wir nicht bei unseren Roots bleiben? Können wir auch. Können wir auch. Du kannst nicht so viel machen, weil die Center fast immer reinkommen. Ja, ich weiß. Wir haben die 3 alle nicht getroffen diesmal. Ja, gut. Ich kann noch nichts machen. 0 von 2, 3. Sorry. Bye.